Warte nur, wo müssen wir jetzt hin? Na ja, folgt dem Warhorn, der wird's schon wissen. Das ist auch so unnötig. Wer hat ein scheiß Navi eingebaut oder was? Ja dann gibt's Navi-Stür im Gebäude drin. Bleibt dran, erledigen wir sie! Ja dann gibt's Navi-Stür im Gebäude drin. In Bewegung, Deckung! Wir sind am Drücker, macht dich fertig! Alter, ich bin im Fuck nochmal unsichtbar. Wieso bin ich nicht unsichtbar? Nur weil ich auf den scheiß Knopf drücke? Drück mal auf Knopf. Ja, nochmal auf Knopf. Das, die spüren das nicht, die sind einfach weg. Oh, auf den Kopf! Das war auf den Kopf! Alter, es macht so viel Spaß! Wuuu! Das ist nicht weg. Irgendwo hier bei einer rein, oder? Ja. Direkt raus! Drück, drück, drück! Drück, drück! Tatonbeton zu difficileokèmes!!! Tarnung aktiviert! Wurun, wir sind Covid zu reduzieren! Ich gewähre mich dem Ziel. noch einmal kaputt! Ich hab keine Ahnung, ich glaub schon! soo, wo sind denn die nächsten Feine hier? Okay, wo ist denn die Metall-Evo durchzusehen? Einzelteile, man braucht halt das Metall, Logik und so. Gibt sich die heute irgendwie nicht so ganz, wa? Wir haben nur noch drei Minuten, verdammte Scheiße. Ja, da... Schnellkaut, sonst ist die Tür zu! Ja, da geht der Kreis direkt zu einem Arsch durch. Er hat ne Arsch-Pil-Sink. Haben Sie was zum Versteck? Die Schallbilder zeigen einen dunklen Fleck. Zu große Jäger. Aber könnte eine Höhle sein. Wir prüfen das. Sie müssen nach oben. Es ist ein ganzes Stück entfernt. Wir bringen Sie rein. Okay, Overlord. Der Aufzug? Keine Stufen. Was glaubst du, Blechkissen? Oh, ihr verletzt seine Gefühle, euer Majestät. Hehehehe. Reicht euch zusammen. Wir wissen nicht, was uns gleich hinter dieser Tür erwartet. Und die Briten sind sauer, wenn ihre alten Damen uns zu stößt. Hehehehe. Ja, klar. Ha, ha, ha. So. Wer verarbeitet sein Typ eigentlich? Verarbeitet? Er arbeitet doch. Ja, für Amerika. Wo denn sonst? Es ist immer Amerika. Stimmt doch gar nicht. Es gibt auch Spiele, wo du für die Russen arbeitest. Sagen wir, nimm mir eins. Wenn du das bin, vier. Ja, aber in der Kampagne spielst du trotzdem nach Amerika. Also gut. Aber. Oh nein, Scheiß, kannst du nicht zählen. Zurück, gleich sehen die dich. Wow, greift an. Ja. Scheiße. Ich wollte die Hubschrauber zerstören. Hätte bestimmt einen Erfolg gegeben. Scheiße. Das ist ja klart. Vorsicht, gleich entdecken sie dich. Giftigen Geschützer. Wo ist der? Da haben wir den Zehnheber. So, der Schütze war's. Lies, geh die Deckung! Halt nur! Jetzt kann man ja nicht über die Deckung springen, oder was? Na, ist doch klar. Ich bin ein fucking amerikanischer Soldat aus der Zukunft Ich kann nicht über so eine kleine Deckung springen. Alter. Logisch? Du bist auch so ein Knacktisch, ne? Ich könnte auch. So. Ja, genau. Direkt voraus! Ziel erledigt! Wir haben es jetzt in der Hand! Amtet auf diese Sanddecke! Leute, da waren echt Ziele drauf. Ich wusste es nicht. Aber wie sowas? Das war abgefahren! Ja! Warhound unterwegs! Gehe in Position! Kontakt auf zwei Brühe! Sturmgewehr! Wir haben es im Griff! Ein richtiger Assange, der kann auf dem Stift getreten. Das war sicher nicht der letzte. Ja! Ja! Wir sichern hier Sektor für Sektor, bevor wir das Lager angeben. Verstanden? Ey, Pain schafft es sogar mit einer scheißen Nadelkakashi zu töten. Hubschrauber, die neben uns am Tor! Vorwärts! Wenn die uns erfassen, sind wir tot! Cool! Ja! Kommt zu Mami! Hier kommt das zu! Hier kommt das zu! Ich bin hier! Ja! Ich bin hier! Ja! 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 Und jetzt? Ich verlasse mal das Ding! Ich renne da hinten hinne! Sch! 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 Wenn da! Wenn auch! Ich mag ihn! Oh, da hab ich schon auch nie was einstecken müssen, ne? Dieses Füßchen hat keine Deckungsteile mehr! Das hinterher Füßchen auch nicht! Oh, da hat er schon noch nie sowas gehabt! Da hab ich jetzt nicht drauf gehabt! Ich auch nicht! Hab ich noch nicht! Ich hab' nur noch eine Deckung gehalten! Sch! Und jetzt? Du hast jetzt schon ein Ballon! Feuer frei! Ich bin unterwegs! Gekütt! Direkt vorraus! Scheiße! Huch! Huch! Er war geplant! Auf jeden Fall! Also ich dachte wir kommen! Der Abfängliche Reaktion war voll entnehmen! Das war scheißbar! Ja! Huch! und das ist ein bisschen war ich habe er labert das kann ich nicht alles merken du bist auf jeden Fall mindestens leck mich mach dich selber sauber ja jetzt bist du ruhig, wa? ich denk mir krass ja da liegt schon das Problem drin das heißt ich kann nicht denken das hast du jetzt gedacht was? ey, ich fahr nicht, ich schaff nur anfangs selber zu sitzen ich werf mich ja, ich schaff nur anfangs selber zu sitzen ja, am Arsch, kannst du von mir aus ritzen also wirst du auf jeden Fall ritzen ja, und bei einer muss dafür bezahlen den krieg ich nun sonst oder ist die Bandserhäuser? löst es greife an bleibt dran, erledigen wir sie ab durch links nach oben neul? wer hat denn jetzt also was? hmmm nach vorne geht's gleich weiter und er hat nie drauf eingesetzt ah, er hat die Kruppung nicht kommen lassen deswegen Anfänger ah, der ist schon jetzt ah, da oben sind sie ums 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 formatting oder ums m l das war abgefahren Sie wissen jetzt, dass wir hier sind. Wie kommt die denn jetzt her? Das ist gut. Ach, wirklich? So, da, der noch. Das ist schön. Das sagt Pfeffer ist auch da. Pfeffer ist auch da. 30.000. Overlord Hunter, wir sind am Ziel. Brauchen Hilfe an der Tür. Nein, 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 nein. Das ist mein Lager, was? Na, die haben sie nicht viel, alle sollen die Läden nicht. Können Sie das ausschalten? Die Frage ist, kommt der weit genug weg? Wir kümmern uns schon. C4 platzieren? C4 platzieren. C4 platzieren. Machst du doch mal C4 her. Ich? Keine Ahnung. Was? Raus? Okay. Wartung ist scharf. Raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Rett erst mal vor die Wand. In drei Minuten. Verdammt, der kommt zurück, wenn ihn gleich abschließen soll. Der hat Freunde dabei. Die Zeit war im Kurs. Schaltet nicht heraus. Kontakt auf 2 Uhr. Sie bekommen... Wurde nichts weiter vor. Was ist das denn? Sie ziehen los. Sie ziehen los. Beide dasão. nen. Ich bin los für die Abwaffe. Kontakt von vorne. Schütze. Wo? Ich mach alle Bogen. Nicht durch. Und täus. Direkt vor. No, ich hab was ausbeding Silence. Nur... Den Lashen der queer erledigt hat. Nein, ich springe vor raus. Direkt vor raus. in der Beste hat mehr als 75% der Gegner mit diesen Bohren gekauft gemacht wo kommen die jetzt? na das freut mich oh da sind gewaltig bumm machen yeah liefer stopp nein der Bohr und nein der Bohr und nein der Bohr und ich fürchte es geht hier nicht richtig los ja der Bohr und hab wohl gemacht das verstehe ich jetzt nicht ganz du hattest ja noch über eine Minute auf der Uhr du hattest ja jetzt aber schon bumm gemacht ja vielleicht haben wir jetzt schon noch den Knopf gedrückt so das war halt die Folge ach jetzt hab ich ja rausgefunden wie man hier vorwärts kommt ich kann ja auf die Knoppe drücken und kann sehen was das alles kann ach schau an Junge ist ja mega sweet er hat was gelernt und das hier? ach das kann das? gut ich behalte mich fürs zusehen wie immer mal schreit euch in die Kommentare für meine mega coole Stimme vor allem und hoffentlich sehen wir uns dann irgendwann mal online tschüss 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 tschüss